Hallo ihr Lieben. Ja, ich war jetzt duschen und habe mich wieder beruhigt. Ich habe das Bellycon, aber das wisst ihr ja schon. Und Bellycon hat gerade eine richtig, richtig coole Aktion. Wenn du ein Bellycon kaufst, bekommst du eventuell eines mit einem goldenen Seilring. Wenn das der Fall ist, dann bekommst du den Kaufpreis wieder zurückerstattet. Cool, ne? Und ich freue mich mega, denn ich habe einen Rabattcode für Bellycon. Ja, nein, nicht 50%, aber einen coolen 10% Rabattcode. Das heißt, wenn du überlegst, ob du dir ein Bellycon zulegen möchtest, kannst, willst, dann nutze doch gerne meinen Rabattcode. Der ist gültig vom 8.12. bis zum 16.12. Also, wenn nicht jetzt, wann dann? Dann natürlich noch ein wenig zu den Details. Du möchtest natürlich nicht einfach so irgendeinen Trampolin kaufen. Du möchtest ja auch ein bisschen was wissen. Also, mein Bellycon, dieses hier, hat einen Durchmesser von 112 cm. Es gibt verschiedene Durchmesser. Es gibt auch verschiedene Seilringstärken, das ist wichtig zu wissen. Aber das siehst du alles auf der Webseite. Wenn du aber Fragen hast, darfst du mich gerne fragen. Ich bin aber noch kein Profi, ne? Also, das sei dir bewusst. Du kannst aber auch die netten Menschen von Bellycon anschreiben. Die helfen dir auch auf jeden Fall weiter. Ich habe extra starke Seilringe gewählt, damit mein Mann halt auch ein bisschen trainieren kann. Und, was gibt es noch Wichtiges? Ich glaube, das war es, oder? Also, ich habe Klappbeine, weil dann kann ich schnell mal wegräumen. Und, ja, das war es, glaube ich. Wie gesagt, wenn du nur noch Fragen hast, immer her damit.